So, willkommen zu diesem Video. Jetzt werde ich hier einen Weg durchmachen. Der ist fast noch vorhanden, aber auf der anderen Seite brauche ich ein bisschen Werkzeug, denn hier möchte ich wieder einen Weg durchmachen durch den Wald, der hier mal existiert hat. Und da muss ich da irgendwie mich durchkämpfen. Der Haufen hier muss erstmal weg von der anderen Seite. Ja, der erste Teil ist geschafft. Kann ich schon mal lang gehen. Ach, ich gehe dann ganz zum Schluss. Jetzt kommt nämlich erst noch der viel schwierigere Teil. So, hier waren wieder ziemlich viele Äste, Zeug hier. Und jetzt ist mir hier das im Weg. So, nächster Tag nachmittags. Ich habe jetzt einen anderen Tag weiter gemacht. Oder ich mache jetzt einen anderen Tag weiter. Hier hat es mal gebrannt, deswegen ist hier eine Lichtung vor ein paar Jahren. Und da hinten soll irgendwo der Weg durchgehen, den ich machen möchte. Hier so muss ich durch. So, Blick von der anderen Seite. Erstmal mache ich trotzdem für heute Schluss. Mir ist das jetzt erstmal zu warm. So, wieder nächster Tag. Ich habe gestern nicht mehr so lange gemacht. Nach einer Stunde in der Sonne war mir das zu viel. Heute wollte ich um 5 Uhr anfangen. Jetzt ist es schon wieder um 11 Uhr. Also hier soll der Eingang hin. Mal sehen, wie weit ich komme. So, drei Viertel neun abends und noch 29 Grad. Dann mache ich jetzt mal weiter. So, Leute. Ich bin fertig. Es ist ungefähr über 100 Meter. Also ein 40 Meter und ein 60 bis 70 Meter Abschnitt. Und ich gehe jetzt einfach mal hier den neuen Weg lang. Den neuen alten Weg. Der war schon vor über 20 Jahren da. Vielleicht sogar schon vor 30. Und jetzt kommt der andere Teil. Diesen Abschnitt hier befand sich auch noch in Benutzung. Und jetzt kommt der andere Teil. Hier musste ich mich durchkämpfen. Gut, das war es dann mit dem Video. Und wir sehen uns bei neuen Videos. Hier ist der Ausgang.